Freie Wähler Landtagsfraktion. Unsere Abgeordneten spenden ihre Diätenerhöhung. Hallo liebe Zuschauer, ich bin Wolfgang Hauber, innenpolitischer Sprecher der Freie Wähler Landtagsfraktion. ABC-Schützen und ihre Eltern haben es in der Corona-Krise nicht leicht, besonders wenn sie aus Familien mit geringem Einkommen stammen. Geld für Schulranzen, Stifte, Hefte, Geodreieck und Sportkleidung aufzubringen, fällt manchem Elternteil schwer. Deshalb habe ich Anfang September an die Aktion Schultüte der Diakonie Weißenburg-Gunzenhausen gespendet. Sie ersetzt bedürftigen Familien die Kosten für Schulsachen, die ihr Kind zum Schulstart braucht. Wirklich unterstützenswert. Eine weitere Spende ging an die DLRG Weißenburg, die im fränkischen Seenland ehrenamtlich für unsere Sicherheit beim Baden und Schwimmen sorgt. Und auch dem Bürgermeister Müller Museum in Sollenhofen habe ich einen Scheck überreicht, weil es sich für den Erhalt 150 Millionen Jahre alter heimischer Fossilien einsetzt. Danke für euer Engagement und bitte macht weiter so! Wir helfen Menschen, die wegen Corona in Not sind. Freie Wähler Landtagsfraktion Freie Wähler Landtagsfraktion Jeubere Landtagsfraktion Freie Wähler Landtagsfraktion Vielen Dank.